Ja es ist mal wieder soweit. Ich in Form und es gibt Bundesliga Chrome. Drei an der Zahl. Alles muss raus. Den haben wir hier. Zack. Aufgerissenen Apparat und der erste den wir hier haben ist von Mainz und das ist Heinz Müller. Heinz Müller im Tor bei Mainz. Wir müssen Ordnung machen auf den Tisch. Der nächste ist von Nürnberg und das ist Per Nilsson. Schwedischer Abwehrspieler. Dann haben wir hier Robby Kruse aus Leverkusen. Australischer Mittelfeldspieler. Der nächste Kollege von Eintracht Frankfurt. Das ist Carlos Sombrano. Abwehrspieler. Ups, fällt mir schon die Karte aus der Hand. Und als nächstes haben wir hier wieder ein Stück von der Meisterschale. Da ist er. Man sieht hier schon ein Statist vor meiner Kamera sehe ich. Ja, da sind Infos noch dazu. Also die Meisterschale in diesem Paket dabei. Und Andreas Beck von Hoffenheim haben wir noch. Das ist ein Abwehrspieler. Das ist der letzte hier. Aber wir haben noch was in der Tüte. So. Der erste Kollege von Mainz. Bo Svensson. Dänischer Abwehrkollege. Dann haben wir hier. Dann haben wir hier vom VfB Stuttgart. Sven Ulreich. Ja, der Keeper. Dann als nächstes vom HSV. Wie heißt er denn hier überhaupt? Oh, ich komme mit diesem Namen in meinen Schleuern. Juro. Abwehrspieler aus der Schweiz. Und dann hier wieder ein Stück von der Bundesliga. Die ist ganz schön verbreitet hier. Diese Meisterschalen-Geschichte. Dann haben wir Thiago von Bayern München. Spanischer Mittelfeldkollege. Und der letzte in der Tüte ist von Gladbach. Toni Jentschke. Abwehrspieler. Ja, voller Spannung. Gucken wir jetzt, was in der nächsten Tüte drin ist. Ob da Schnäppchenkarte ist. Gucken wir mal. Ich fange oben an. Ganz oben von Nürnberg ist Pinola. Abwehrkollege aus Argentinien. Der nächste ist Leno von Bayer Leverkusen. Der Torwart. Das war er. Dann haben wir hier von Mainz. Marco Russ. Abwehrspieler bei Eintracht Frankfurt. Und jetzt kommt hier unser Starspieler wahrscheinlich. Jawohl, es ist der Starspieler. Und das ist Luis Gustavo. Großbrasilien. Mittelfeldspieler. Das ist also der Starspieler hier in der Tüte. Und dann haben wir noch zwei Kumpels. Und zwar von Dortmund. Mkhitaryan. Mittelfeldspieler. Und der letzte im Grunde ist hier von Hoffenheim. Und das ist Polanski. Mittelfeldspieler aus Polen. Tja, Freunde. Das war's für heute. Und wir sehen uns bald wieder mit den nächsten Packs. Ich sage Tschüss und bis bald. Macht's gut.